Hallo Leute und willkommen zurück zu der heutigen Folge von The Sims 4 Normal Let's Play. Geil. Brauch eine Frau. 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 Ist da hinten eine Frau. Aha. Komm geht zu ihr. Da hinten die fand mir nicht so schön. Also no. No ever. Aber vielleicht kommt jetzt da jemand schönes. Mann. Warum haben wir denn Männer? Stopp. Frau. Oh. Es wäre so hart, wenn wir jetzt was mit Candy anfangen. Komm. Wir probieren es mal. Ich weiß ja, dass sie verheiratet ist. Aber das macht uns ja nichts. Ja. Ähm. Hu. Danke für uns das Abos. Obwohl hier das Video ähnlich angekommt. Die finde ich hatte ich es schon kurz dagegen. No. No ever. Wir wollen eine langhaarige. Oh Marie. Dang. Oh, wir kennen Candy. Wir stehen irgendwie in meinen Tag und fangen direkt an mit, äh, umarmen nochmal. Und dann direkt bei ein paar außergewöhnliche Sachen für Freunde. Erstmal fragen, ob sie single ist, obwohl ich weiß, ob sie single ist oder nicht. Und dann einfach... Hör, Jade, Pech. Du wolltest uns nicht. Jetzt wollen wir jemand anderem. Hör, Jade. Uuuh. Okay, was wird gemacht? Oh mein Gott, mein Stuhl quietscht. Oh, Nina. Wir hören lieber auf. Nina. Volle Tussi. Uuuuh. Oh mein, ich hab bestes Dorie mit Kater ausgedacht. Oh, voll schön, der Disco. Oh Mann, Leute. Ihr müsst die Story hören. Ich mag die nicht erzählen. Also irgendwann schon, aber... Also sie lässt sich vom Aussehen her, wenn du es daran zu schaffen lässt, bestimmt leicht verführen. Wenn ihr in die Baby-100-Baby-Challenge kommt, müsstet ihr ja sehen, dass sie einfach fast nicht mit ihr befreundet war. So ganz normal und direkt ist ja alt gesprungen. Aber die Mädels haben irgendwie ein paar Probleme mit den Männern. Kann aber auch sein, dass er so nerdig aussieht. Also sie sieht so trussihaft aus. Alter, Jade nicht über uns lästern. Ich kann immer was Schönes machen. Ich wollte immer, was auch hier kommt, dass ich nicht mal weg muss. Ich meine, du bist, ob sie es annimmt. Sie ist faul. Okay, gut, dann magst du dich wirklich nicht mehr freizuken, oder? Nachher ja, fahren Sie es mal mit Kutofrager. Über Kunst, Tränen. Hopp jetzt flirtet auch mit ihr einfach. Hallo, Nina. Hallo, Nina. Also ich glaube, meiner Story zur Folge wird aus den beiden was. Aber was? Ich hoffe, dass ihr jetzt in der nächsten Folge habt. Ich mache immer ein bisschen komantische Sachen, ein bisschen schnell. Weil ich finde, die anderen Sachen sind ein bisschen langweilig. Redet einfach. Nein, nein, no, 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 no. Nina ist verwacht. Ich mache es so. Nicht freundschaftlich umarmen. Wir stehen, sich angezogen zu fühlen. Ein Anmarschbruch mindestens. Eigentlich bin ich mir nochmal überrascht. Oh nein, Nina. Ich dachte, sonst wird was. Also sie... Ihr wurde erst... Hier müssen wir nochmal ein bisschen freundlich sein. Ah, sie ist noch glücklich. Deswegen... Ein Witz über Sunset, weil die so hart machen wir das jetzt. Ein Witz über Sunset, weil die machen wir so hart, sonst drei ist das scheiße. Nach Karriere-Walt, wir fähren ja schon Fragen. Und... Dann kommt der nächste Flutch. Wir werden sie auf jeden Fall in unsere Gruppe... Wenn wir eine hätten, die zufügen. Wir sind jetzt einfach so... Wir sind jetzt einfach so mädchengeil und machen eine Gruppe mit Mädchen, wo die Hauptthemen bestimmte Sachen sind. Ähm... Ähm... Ja, Nina, Jade, Candy. Katrina. Wiener. Marie. Ist doch noch eine geile. Der Rest ungreide, also... Ich glaube, ist eh schon Fall. Gib einen Namen ein. Der Scheiben. Der Scheiben und. Der Scheiben. Der Scheiben. eine offene einladung gerne ein treffpunkt haben wir keinen genauen eine regel ist das alter nämlich nur für junge erwachsene und erwachsene und das sind alle die hier auf dieser liste stehen vielleicht noch etwas die machen mal den familienstand nicht verheiratet dann können wir nicht alle rein verheiratet können noch weniger also eher nicht verrateter werden marie und candy ausliegen aber das wollen 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 wir nicht deswegen gucken wir nach dem finanzstatus wir wollen welche die reich sind geht das nicht bei allen bei mittel reich der würde candy ausliegen candy hat mehr als 30.000 alles das ist meine familie ich habe keine ahnung wie viel sie hat jetzt erstmal schnell was unsere gruppe dann alles so macht spiel und spaß da ist es nicht ist es bei social kissen die jenen gruppen die gehörten der boy so oder nein wir machen küssen alle weil das ist glaube ich so besser und falls die halt schon ihren mann mitbringen wollen den seit aus der gruppe raus romantisch sein ist auch sehr gut in dieser gruppe tächtel mächtel ist am besten das wird erstmal so sein und so wenn wir die gruppe öffnen und wird eine versammlung hier starten dann werden wir glückwunsch tom hat erfolgreich die gruppe the girls and the boy erstellt jetzt wird zeit neue mitglieder anzuwerben und die stadt zu erobern die gruppe mitglieder wurden rufen und sind und habe ich so klar wenn es da steht ob sie überhaupt single ist aber das wäre mal sinnvoll bei jahren wir müssen aber auch langsam zurück weil unser sohn kann ich den ganzen tag bei so einer hauspflege sein deswegen will ich halt gern schon eine eine dame haben wenn wir zurückkommen wann kommt denn das romantische ok leute es ist kaputt mach alles was ich gesagt habe ok wir sind voll geil hey wir sind halt die schwester leute WUTE HELP leute ihr müsstet mein gesicht sehen ach ach du meine scheiße alles klar ich dachte eher dass wir eine freundin finden und ich zwei dann ok wenn du willst ok jade du kannst echt keine hässliche mit dir haben ok was ist das ist so besser machst du mit im ernst im ernst jade das sind meine mädels jahre die das geil ist wir könnten diese aktion eigentlich gar nicht machen wenn wir es in der gruppe jetzt nicht hätten ok Oh, ich muss die Folge nennen, Techle-Mächle-Alarm. Hole die Kerzen raus, Sorge für Romantik. Toma, das erste Techle-Mächle. Ja, wie kann denn da ein Kind haben? Hm. Danach direkt die nächste, wenn wir auf dem Klo waren, wenn wir volldringen müssen. Okay, was hast du denn hier für Wünsche? Jade kennenlernen, doofer Wunsch der Welt. Techle-Mächle, bester Wunsch der Welt. Ich hoffe, der Ton kommt. Also da geht's aber ab. Ich hab den Ton nicht gehört. Wehe, es hat nicht geklappt. Dann kommt die nächste aus der Gruppe train, Katharina. Wir haben was für dich. Dumm. Ich mach einfach mal jeden Fall. Entschuldigung, Mann. Mann, er muss sich ja dann für ein Kind entscheiden, und für eine Familie. Oh, Mann. Mal aus Versehen, haben die Mädels die Pille vergessen zu nehmen. Hopp, geh hin. Die ist auch sehr gokett, also, wenn sie so halt mitmachen. Und sie macht auch mit. Also, okay. Also, ich weiß, die dir eine Gruppe zu erstellen. Wir können einfach so Geldgeil deinem Zutritt gestatten für... Und? Und? Mit 7 ist uns was. Oder meinst du, wenn man die Frau spielt? Okay, der Nächste. Die Nächste ist dran. Nina. Schätzchen. Oh, man sind mir nur so geil. Okay. Hier. Candy. Candy. Okay, Leute. Aber hier beende ich erst mal die Folge und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. E- других쟁stens. Tschüssi. 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 展st. Tschüssi.